Hallo. Ah, ich würde gerne ins Restaurant rein. Alles klar, einmal Impfnachweis bitte. Ah, sorry, ich bin nicht geimpft oder so. Wollen Sie eigentlich auf die Fresse kriegen oder was? Ey, das ist ein faschistener 2G-Laden hier. Hier wird kontrolliert, aber strengstens kontrolliert. Ihr habt mir geimpft oder genesen zu sein. Weg hier. Okay, sorry. Meine Fresse, hier an die Decke, Alter. So, ich würde gerne was essen. Geimpft oder genesen, Nachweis? Mhm, Moment. Hier. Alles klar, reingehen. Wollen Sie sich ein bisschen gründlicher angucken? Nee, alles gut, haben Sie ja gezeigt. Können wir reingehen. Jetzt sind wir wieder nur ganz kurz draufgeguckt. Okay, wir können reingehen. Können Sie es bitte richtig angucken? Ich habe mich extra impfen lassen. Alter, ja, ja, okay. Rein jetzt, komm. Danke.